Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descendant. Gestern, das seht ihr schon im Hintergrund, war der erste Entwicklertalk zu Season 2. War unfassbar viel, ging über eine Stunde. Die beiden Kollegen haben zwar auch viel um den heißen Brei herum geredet, aber es ging über eine Stunde. Ich wollte euch jetzt nicht das komplette Live-Kommentary von mir hochladen, deswegen hier eine etwas kleinere, kompaktere Version zusammengefasst, was alles reinkommt, weil es kommt unfassbar viel rein. Ich werde über die nächsten Tagen und Wochen bis zum 5. Dezember ein bisschen Zeit einiges einzeln in Videos befassen. Deswegen, wenn ihr da nichts verpasst, wollt ihr auf jeden Fall ein Follow da lassen. Und Leute, es kommt unfassbar viel, ihr werdet das gleich auch sehen. Ich hoffe, ich kriege das Video in unter 10 Minuten durch. Ich werde nicht auf alles extrem viel eingehen, aber über ein paar Dinge müssen wir reden. Es gibt auch noch keine festen Patch-Notes, das heißt, ich kann auch jetzt nicht irgendwie euch Patch-Notes noch mitliefern. Ich kann euch nur das Video von den Devs unten verlinken, ist aber komplett auf Englisch nur übersetzt. Also, ja, ich versuche mein Bestes einfach hier schon mal einen ersten großen, groben Überblick zu geben, was alles kommt. Wir wissen, Season 2 startet am 5. Dezember. Es ist ein bisschen komisch, weil auf der Roadmap nicht steht, was am 5. Dezember reinkommt. In der Roadmap, ich kann euch hier einfach mal einblenden, sieht man nur 12. Dezember, 1. Januar und 2. Februar. Da werde ich mich auch ein bisschen dranhangeln, euch ein bisschen was dazu erzählen. Ähm, ja, da müssen wir noch ein bisschen abwarten, werde ich euch noch in den nächsten Tagen mit den Patch-Notes reinkommen, genau erklären, was am 5. Dezember passiert und was eben nicht. Erstmal, ganz cool, es kommen drei neue Descendants rein. Zwei normale, eine Ultimate. Zwei neue normale, einmal den Kielin Ayadele. Ich werde euch einfach mal Bilder einblenden. Und am 1. Januar, Ines, Raya, eine Frau, einmal ein Kollegen, einen Typen und einmal eine Frau. Der Kielin, der ist Gift-spezialisiert und die Ines ist Elektro-spezialisiert. Und dann gibt es einen neuen Ultimate-Character, der kommt auch direkt am Anfang der Season rein, mit Kielin zusammen, Ultimate Sharon. Und was soll ich euch sagen, unsere Prediction mit einem neuen Gift-Character und Ultimate Sharon hat einfach gestimmt. Echt, echt sehr cool. Es wird ja auch sehr, sehr viele Änderungen zu den Außenposten geben. Das passt natürlich auch super mit Ultimate Sharon. Allgemein wird es viel neuen Story-Kram geben. Das heißt, für alle Leute da draußen, die die Story weiter verfolgen werden, oder verfolgen wollen, es wird sehr viel Story-Kram geben. Nicht nur eine Charakter-Story zu Ultimate Sharon, sondern auch eine allgemeine Story zu Season 2. Nicht die Main-Story, sondern eine Story zu Season 2, die aber auch schon ein bisschen was zur Main-Story beiträgt. Dann wird es natürlich wieder zwei neue Waffen geben. Einmal eine aus dem Battle Pass, so wie wir das kennen. Dabei handelt es sich um eine Strahlenkanone. Und das Krasse dabei ist, wenn ihr mit dem Strahl einen Gegner trefft, dann wandert der Strahl weiter zum nächsten Gegner. Die Frage ist, wie weit geht diese Chain Reaction? Sehr, sehr krass. Sah im Trailer auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Und dann gibt es noch eine Waffe, die 3T-Wappen Hammer & Anvil. Die macht aus der Hüfte quasi einen Shotgun-Schuss. Und wenn ihr auf den Boden schießt, dann habt ihr ein Projektil, was auf dem Boden ausspringt und dann weiterspringt. Finde ich jedenfalls sehr, sehr spannend. Wo es die Waffe gibt, weiß ich gerade nicht. Reicht dann nochmal nach. Und dann wissen wir ja schon, wird es endlich ein Companion geben, einen deutschen Schäferhund. Es gibt aber auch noch andere Skins, wo er erstmal andere Farben hat. Dann wird es später auch noch andere Companions geben. Und natürlich ganz, ganz, ganz viele Skins für den Hund. Und der sammelt erstmal alles für euch ein. Nicht nur Gold und Kulver, sondern auch Waffen. Und der hat eine coole Mechanic. Der kann Waffen sofort on the fly kaputt machen. Auch Module. Also der kann, ich denke mal, ihr könnt da wahrscheinlich einen Filter einstellen. Und alles, was in diesen Filter reinfällt, macht der sofort kaputt. Und hält euer Inventar frei. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wie man den frei spielt, keine Ahnung. Weiß ich gerade nicht. Haben sie nichts zu gesagt. Oder ich habe es überhört. Müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Werde ich auf jeden Fall auch nachreichen, wenn wir das wissen. Es gab einen kurzen Schockmoment für mich. Mit den neuen Dungeons, wo ich gleich drauf eingehe. Wurde gesagt, dass Ultimate Trainer vielleicht genervt wird. Und nein. Im Video selber haben sie zwar gesagt, sie wird genervt. Aber sie haben extra eingeblendet. Achtung. Wir haben uns dagegen entschieden. Nach der Aufnahme ist uns aufgefallen mit Feedback und sowas, dass wir sie doch nicht nerven werden. Freiner wird so bleiben, wie sie ist. Aber alle anderen Waffen und alle anderen Descendants werden im Dezember gerebalanced. Und damit einhergehend wird es Ultimate Reaktoren Stufe 3, 4 und 5 geben. Das heißt, eure Reaktoren, die ihr aktuell auf Level 2 habt, könnt ihr dann auf Level 3, auf Level 4 und auch auf Level 5 ziehen. Und man wird vermutlich die Eigenschaften beim Reaktor austauschen können. Da habe ich leider keine Bilder zu gesehen. Da müssen wir auch nochmal auf die Patch Notes warten. Oder wenn wir dann noch Näheres wissen, ich kann mir da noch nichts drunter vorstellen, ob es wirklich um die zwei Fähigkeiten gibt, die unten mit drin sind und wie man die wechseln kann, müssen wir uns ein bisschen gedulden. Und was auch mit dazu kommt, sind Änderungen an der Waffen. Bislang war es ja immer so, dass eine Waffe auf Level 0 gestartet ist und mit jeder Justierung wurde der Penalty, diese Minusprozente, reduziert, bis es bei 0 war. Jetzt wird es so sein, dass bei 0 startet und mit jedem Level drauf wird die Waffe stärker. Macht also alle Waffen per se sofort etwas stärker. Und es wird Coors geben. Da springe ich jetzt ein bisschen in den Zeiten hin und her, aber gerade bei den Waffen, deswegen erzähle ich das. Am 1. Januar wird es einen neuen Dungeon geben, Void Erosion Control. Und dort könnt ihr Kerne für Waffen finden. Insgesamt könnt ihr in einer Waffe fünf Kerne verbauen. Stellt euch das vor wie zusätzliche Module, die dann die Crit Chance erhöhen, den Crit Schaden erhöhen, den Schwachpunktschaden, die Magazin Größe, als wären das einfach mal zusätzliche Module, die ihr dann explizit in den Waffen reinpacken könnt, fünf Stück insgesamt. Ob es da irgendwelche Limitationen gibt und wie selten die sind und sowas, das müssen wir alles noch schauen. Aber krass, dass man da nochmal die Waffen erhöhen kann. Was aber auch ultra wichtig ist, weil es natürlich neue Bosse geben wird und da gibt es nicht einen expliziten neuen Boss, sondern es gibt solche, ja, wie nenne ich das? Wie übersetze ich das? Ich glaube, wenn ich ein Bild einblende, dann wird ganz klar, was ich meine. Alle oder viele Bosse werden eine neue Form bekommen, das krasse daran ist. Und Leute, aufpassen, alle die gerade schon eingeschlafen sind, die könnt ihr nur 1v1, also 1 gegen 1 bekämpfen. Keine Gruppe, nur ihr gegen den Boss. Bin sehr gespannt, wie das Balancing da ist, wenn man den Reaktor verbessern kann, die Waffen verbessern kann und man insgesamt stärker wird, kann ich mir gut vorstellen, dass die Bosse schwerer sind als ein schwerer Boss, weil ein normaler schwerer Boss, mal abgesehen von den letzten, kann man ja alle relativ easy alleine machen. Frostläufer, Verhinderer, Gierschlund und den neuen Todespirscher, nehm ich da mal raus. Aber ich bin sehr gespannt, wie schwer diese Bosse sein werden. Ich hoffe, nicht zu schwer. Dann hatte ich schon in einem der vorherigen Videos erzählt, dass es ja ein Target Reward System geben wird und das ist anders, als ich es zuerst gedacht hatte. Ihr werdet Missionen haben, die ihr quasi erfüllen müsst, um dann zu 100% den bestimmten Morph oder das bestimmte Item zu bekommen. Ich bin sehr gespannt, wie das aussieht, weil wir haben auch nur ein Bild gesehen, vielleicht kann ich das gerade mal einblenden. Da müssen wir noch ein bisschen abwarten, war auf alles auf koreanisch. Also wir müssen irgendwelche Missionen erfüllen, diese dann quasi voll machen und wenn die voll ist, dann habt ihr zu 100% dieses Item oder diesen Morph. Und damit einhergehend gibt es natürlich auch die neuen Stabilisatoren, die hatte ich euch ja auch schon mitgezahlt. Die werden High Shape Stabilisatoren heißen, haben verschiedene Farben und die machen nicht so, wie ich erst gedacht hatte, wie in der Beta einen Wert hoch, sondern tauschen die linken Werte, also der 6er und den 12er mit den rechten aus, mit den 36ern oder 32ern, so dass ihr quasi ein Energieaktivator dann zu 32% bekommt und irgendwas, was ihr zu 32% bekommen würdet, auf 6 gehen würde. Bin sehr gespannt, ob das ja, nicht auch zu Frust führt, weil ich stelle mir sofort vor, ihr setzt diesen seltenen Stabi ein, ich sage euch gleich, wie ihr den bekommen könnt und dann kriegt ihr anstatt die 32%, kriegt ihr auf einmal die 6%, ich glaube, da rasten alle aus, aber das ist halt A&G, aber finde ich auf jeden Fall ganz cool, dass so ein neuer Stabilisator reinkommt. Den könnt ihr nur bei ETH0 kaufen und nur in besonderen Events bekommen. Wo wir gerade bei Events sind, mache ich das auch direkt rein, es wird Events geben, zu Weihnachten natürlich ein Weihnachtsevent, es wird ein Hotspring Event geben, ein Valentines Event und noch mehr, alles nach Februar und Weihnachten natürlich zu Weihnachten, auf jeden Fall sehr cool, was da mit den Events reinkommt, ich war auch ein übelster Halloween Fan, deswegen sehr, sehr cool. Damit wir das auch direkt abgefrühstückt haben, es gibt unfassbar viele neue Skins, die haben bestimmt die Hälfte der Zeit nur über Stinn, Skins gequasselt, viele neue Evo-Skins, viele Änderungen zu Skins, ich glaube, das interessiert nicht die meisten, zumindest mich hat es überhaupt nicht interessiert, ihr wisst ja schon, die Base-Skins kann man jetzt farbig machen, fast jeder Charakter kriegt neue Skins, sehr viele coole Skins für Hayley, für Luna, natürlich auch für Ultimate, Sharon und so weiter und so fort, wenn euch das wirklich interessiert, dann skippt einfach mal durchs Video, was ich euch unten verlinkt habe, weil das würde echt den Rahmen sprengen, wenn ich euch jetzt hier jeden Skin zeigen würde. Dann haben sie ja auch schon gesagt, welche zwei neuen Ultimate Schönen-Module reinkommen, eins, das klang unfassbar interessant, macht den Unsichtbarkeitseffekt, verbessert den Unsichtbarkeitseffekt und zwar, wenn ihr unsichtbar seid, dann einen Gegner killt, dann zündet diese Unsichtbarkeit wieder und ihr könnt weiter Unsichtbarkeit nutzen und rumlaufen, klingt unfassbar cool und ein weiteres rotes Modul macht ein AOE Schaden, haben sie auch nur was zu erzählen, leider nichts zu gezeigt, müssen wir also noch ein bisschen abwarten, bis wir da vielleicht Bilder sehen oder dann wirklich schwarz auf weiß was zugeschrieben sehen. Ja, dann kommen wir mal zu den Dungeons, die 400% Dungeons, die werden auf jeden Fall da bleiben, das ist ganz cool und es wird eine neue Dungeon-Form geben, diesen Riesen-Dungeon, diesen großen Dungeon, der wird jedes Mal, wenn ihr reingeht, grundsätzlich der gleiche Dungeon sein, aber stellt euch vor, der Dungeon hat drei Wege und wenn ihr das erste Mal reingeht, ist Weg 1 frei, beim zweiten Mal ist Weg 3 frei, beim dritten Mal ist wieder Weg 1 frei, also es ist ein großer Mega-Dungeon, aber der ist jedes Mal wieder neu gewürfelt, wo ihr lang müsst, ist also nicht wie jetzt bei den Dungeons, dass man sofort weiß, wo man lang muss, sondern der wird immer wieder neu gewürfelt, wo wir gerade bei den Dungeons sind, es wird auch eine neue harte, alle Dungeons werden einen neuen Hard-Modus bekommen, also nochmal schwerer als der 400%er und ja, nochmal einfach sehr viel schwerer als die 400%er, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll, wird einfach nochmal sehr viel schwerer werden und es wird damit einhergehend auch endlich das Random Matchmaking geben, das bedeutet, ihr wählt euch einen Dungeon aus, welche Belohnung ihr haben wollt, werdet dann zufällig zu einem Dungeon hinzugefügt und bekommt zwar eure Belohnung, aber der Dungeon an sich bleibt oder ist dann zufällig generiert, ist ungefähr das, was ich auch vorher schon vermutet hatte, wie das ganze Matchmaking dann funktionieren wird. Ich habe natürlich alles nur an der Oberfläche angekratzt, ich werde in den nächsten Tagen auf jeden Fall noch mehr drauf eingehen, weil es einfach unfassbar viel war, ich habe euch das Video unten verlinkt, wenn ihr da selber einfach mal durchskippen wollt oder auf mal zwei schauen wollt, auch für die ganzen Gameplay-Szenen, ein paar von Kiel gab es schon, die waren ganz spannend, ansonsten würde ich mich natürlich selber im Follow freuen, wenn ihr nichts verpassen wollt zu The First Descendant und lasst ein Like da, das würde mich auch sehr, sehr freuen, ich bin sehr, sehr gespannt, schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr davon am interessantesten findet, wenn ihr mich fragt, das was ich am coolsten finde, sind einmal die Kerne in den Waffen, natürlich die neuen Charakter, gerade Ines, finde ich sehr spannend, als ganz neuen weiblichen Charakter, aber auch das Target Reward System finde ich sehr spannend, also echt viel und auch natürlich, das habe ich wieder ganz vergessen, der Companion, der reinkommt, wie wird er freigeschaltet, wird es in Zukunft mehr geben, wird er angreifen können, kann man den leveln, das wissen wir alles noch nicht, da bin ich super, super, super gespannt, bin ich sehr, ja, sagt mal, was ihr da am coolsten findet oder worauf ihr euch am meisten freut und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein, und dann, Untertitelung des ZDF, 2020